So Männer, komm warmlaufen jetzt auf dem neuen Trainingsgelände hier. Die wollen jetzt Europameisterschaft schieben und so weiter. Hallo! Das heißt warmlaufen und nicht im Maulwurfshügel hängen bleiben. Mann, die sind zu dumm zum Kacken, Alter. Wie heißt der mit der Glatze von der FIFA? Der hat ja gesagt, nee, das ist ja Club-WM für teuer. Da ist nichts mit Europameisterschaft. Wir haben ein Hobby zu mir nächstes Jahr. Die Saison muss weitergehen, habe ich gesagt. Da haben wir mehrere Mannschaften schon eingeladen. Hier auf unserem neuen Areal. Areal die Meerjungfrau, nennen wir das. Da haben wir beschlossen in der Mannschaft. Die EM ist ja auch in ganz Europa. Ich finde das echt scheiße. Ob die eigentlich, was stimmt mit denen eigentlich? Wie kann man denn in ganz Europa-Meisterschaft? Ja. Aber das wäre ja so, wie wenn wir jedes auswärts spielen woanders. Das machen wir ja. Ah nee!